Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner und bin hier auf den Spur 1 Tagen in Mellrichstadt am Stand der Firma Feinmodels. Die haben hier als erste Mal ein Handmuster dabei eines Luxus-Pferdewagens mit Bremserhaus. Dieser Pferdewagen wurde das erste Mal 1895 in der Zweiachsausführung gebaut und das ist jetzt hier die Dreiachsausführung, die ab 1902 gebaut wurde. Und Feinmodels baut von diesem Wagen vier verschiedene Varianten der Epochen 1 bis Epoche 3, 3b und das ist jetzt hier die Epoche 1 Variante als Handmuster. Da kann man auch dann alle Klappen auf und zu machen. Ich zeige hier bloß ein bisschen was, weil das Modell halt hier auch noch nicht alle Funktionen realisiert oder ein paar Klappen gehen nicht auf momentan oder sind noch sehr empfindlich. Und das versuche ich jetzt auch einfach lieber in Ruhe zu lassen, damit hier nichts passiert. Und dann gehen hier die Türen auf und zu und dann gehen natürlich auch beim Bremserhaus die Türen auf. Das Ganze ist in Messing-Handarbeit. Geliefert werden soll der Wagen irgendwann Mitte 2023. Und der Wagen ist 32 Zentimeter ziemlich genau lang und wird hier auch schön detailliert. Aber ich habe gar nicht gesehen, dass das Pferd umgefallen ist. Das muss man jetzt wieder aufstellen. Das stellen wir mal weg, damit man hier auch aufs Fahrgestell mal schön schauen kann. Das ist wirklich ein feindetailliertes Modell. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass da einige gesagt haben, den muss ich unbedingt haben. Der hat zwar sicher auch seinen Preis, aber über Preise bei Spur 1 reden wir lieber, in Videos nicht. Weil so manche dann vielleicht gleich wieder sagen, Neiddebatte oder sonstiges, da sparen wir uns lieber. Ich habe mal sagen lassen, der Wagen wird auch einen Sound-Decoder an Bord haben und wird dann auch diverse Geräusche haben. Diskutiert dann das Personal und man hört hin und wieder auch die Pferde wiehern. Allerdings ist jetzt der Decoder hier noch nicht eingebaut. Beim Serienmodell wird das dann alles der Fall sein. Gut, das war es mit einem Kurzvideo vom Luxus Pferdewagen mit Bremserhaus von Fine Models hier auf den Spur 1 Tagen in Mellrichstadt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und sage Servus bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Pernsteiner.